Hallo zusammen, Thomas hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise ist es ja so, dass man immer zum Glück nur von irgendwelchen Leuten hört, die auf einer Butterfahrt waren, um mal wieder einen günstigen Tagesausflug zu machen, aber dann eben sich eine Verkaufsveranstaltung dann mit über sich ergehen lassen mussten. Gut, bei diesen Verkaufsveranstaltungen gibt es Kaffee und Kuchen, das ist ganz angenehm, aber dann gibt es da einen Menschen, der einem unbedingt irgendwelche Sachen aufschwatzt. Und ich denke, das habt ihr alle schon gehört, der Klassiker ist die besagte Kaffeefahrtenheizdecke. Und was soll ich sagen? Ich habe auch so eine Butterfahrt mitgemacht und ich habe mir tatsächlich, man soll es kaum glauben, so eine blödsinnige Heizdecke. Das ist eine LED-Videoleuchte und die sieht sicherlich ein bisschen anders aus, als dass wir das gewohnt sind, schon alleine, weil man sie biegen kann, weil man sie rollen kann. Als ich die Videoleuchte bekommen habe, in der Tasche, in der die geliefert wird, war die wirklich auf einer Papprolle gerollt und dementsprechend kann man sie eben auch sehr flexibel verwenden. Sie ist sehr kompakt verwendbar und hat sicherlich auch andere Einsatzgebiete, als man das von klassischen Lampen kennt. Ganz einfach, weil man sie nicht unbedingt auf ein Lampenstativ stellen muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich sie auch gerade für meine gewerblichen Projekte gut benutzen kann, um vielleicht sie an irgendwas dran zu kleben, um sie schön von oben das Licht werfen zu lassen oder dass man sie an die Seite an irgendwas klebt, wo man wirklich nicht viel Platz hat, wo es wirklich eng ist, wo man Schwierigkeiten hat, das Lampenstativ aufzustellen, dass man sie da einfach dann von der Mann wegen mit Gaffer-Tape einfach irgendwo gegen klebt und dann mal eben das Licht von der Seite hat und das Ganze eben auch sehr platzsparend. Und die Firma Linkstar hat mir diese Leuchte vor etwa sechs Wochen zur Verfügung gestellt, kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie testen und ausprobieren kann. Und ich habe das in den letzten sechs Wochen auch schon gut nutzen können, denn die Videos, die ihr in den letzten Wochen von mir gesehen habt, die ich hier in meinem YouTube-Setup gemacht habe, da habe ich die Lampe auch benutzt und habe dann nur mit dieser einen Lampe das Ganze hier so ausgeleuchtet, wie ich das gerne auch mit den anderen Lampen bisher gemacht habe. Da habe ich dann zwei oder drei andere Lampen für verwendet und habe sie schließlich und ergreifend einfach gegen die Decke geworfen bzw. die Lampe nicht gegen die Decke geworfen, sondern das Licht gegen die Decke geworfen, gegen die Decke gerichtet, sodass ich dann einmal ein blendfreies Licht habe, dass ich ein möglichst schattenfreies Licht habe, dass also die Elemente, die hinter mir stehen, dass sie möglichst keinen oder nur einen ganz dezenten Schatten werfen und dass ich auch eine Ferntemperatur habe, die möglichst verlässlich ist, dass also auch das Zusammenspiel LED-Leuchte mit 5500 Kelvin in dem Fall und der Einstellung meiner Kamera auch mit 5500 Kelvin möglichst gut passt und ich dann nicht im Colorgrading später noch ein bisschen nachfummeln muss. Und neben dem flexiblen Einsatz, ein paar Beispiele habe ich ja gerade genannt, ist die LED-Leuchte auch sehr schön klassisch als Leuchte verwendbar, indem man sie beispielsweise zu einer Softbox auf Schrägstrich umbaut. Na, umbaut ist vielleicht nicht richtig, aber aufbaut. Dazu gibt es auch das Material, was in der Tasche ist, der Transporttasche, die mitgeliefert wird. Und wie das aussieht mit der Variante als Softbox, das zeige ich euch, nachdem ich nämlich hier die LED-Leuchte als Softbox aufgebaut habe. Und so sieht die Linkstar-LED-Videoleuchte aus, wenn man sie zu einer Softbox aufgebaut hat. Ich habe das gemacht hier mit diesem klappbaren Rahmen, der sich dann, ich drehe das gerade mal um, bevor wir da weiter drauf eingehen, der sich mit diesem Metallrahmen, der bei Licht schön gerade und planen spannen lässt. Und dann findet auch dieser Rahmen hier, findet dann auch schön Halt an den Klettverschlüssen, die hinten dran sind. Das lässt sich dann also sehr schön dran kletten, zumal diese Klettverschlüsse wirklich sehr stark sind, also sehr halten und ich mir dann auch sehr gut vorstellen kann, dass man das wirklich sehr oft auf- und wieder abbauen kann, bevor dann diese Klettverschlüsse irgendwann ihren Geist aufgeben, denn die sind natürlich auch einem gewissen Verschleiß unterworfen. Aber die Dinge sind wirklich so stark, dass man wirklich beim Abbauen schon richtig viel Kraft aufwenden muss, um die ganze Geschichte wieder auseinander zu bringen. So, und wie gesagt, das ist jetzt das Softbox-Setup. Da der Hinweis, es gibt diese LED-Linkstar-Leuchte, gibt es in zwei Ausführungen. Eine ist die, eine, die nennt sich dann LED-Flexlight und die hat dann eben nicht dieses Softbox-Setup mit dem Rahmen, der Diffusorfolie und was auch noch dabei liegt, ist hier eine Wabe, sodass ihr also auch eine Lichtwabe da draus machen könnt, um das Licht dann noch ein bisschen gerichteter zu machen und dass das nicht so ganz stark streut. Wenn ihr euch mit dem Thema Studiebeleuchten beschäftigt, dann muss ich euch da nichts erzählen, dann wisst ihr das. Und das wird so gemacht, dass hier, ich drehe das mal ein bisschen rum, hier ist ein sehr breiter Klettverschlussrahmen, sodass, und ihr könnt das sehen, wenn einmal die Diffusorfolie wunderbar reinkriegt, aber noch genügend Platz ist, um auch hier die Klettverschlüsse, das Klettband ergänzend noch hier auch noch drauf zu machen, sodass man also beide wunderbar reinbekommt. Und ich nehme das einfach mal raus, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Wenn man die ganze Geschichte aufgespannt hat, dann zieht man das hier einfach wieder ab, beziehungsweise man macht es vorher rein und dann hat man die ganze Geschichte dann eben in der Form. Dann seht ihr dann, wie das aufgespannt aussieht. Und ich drehe das Ganze jetzt mal um, denn da gehört hier noch ein bisschen was dazu. Einmal natürlich generell der Stromanschluss, hier der AC-Adapter und das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, die Kabel sind sehr lang. Ich habe das zwar jetzt nicht ausgemessen, aber ich glaube, im Gesamt mit der Kabellänge, wenn man jetzt auch hier noch das Steuergerät, was dabei ist, auch noch auf den Boden legt und nicht hier an das Leuchtenstativ dranhängt, kommt man locker auf vier, viereinhalb Meter vielleicht und dann braucht man nicht unbedingt gleich ein Verlängerungskabel, denn ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest bei den preiswerteren Leuchten, sind die Strippen doch oft sehr kurz, sodass ich da immer wieder ein Verlängerungskabel brauche, was dann irgendwie ergänzend auch eine Stolperfalle ist. Ja, dieses Steuergerät, womit man dann letztendlich die Lampe einschaltet, einstellt, kann man entweder hier dranhängen, ihr habt das gerade gesehen, das hat durchaus den Vorteil, wenn ihr Lampenstative habt, die nicht ganz so stabil sind und wo es dann vielleicht hier mit der Leuchte, obwohl die natürlich sehr leicht ist, ein leichtes Übergewicht geben kann, dann bildet hier das Steuergerät natürlich noch ein schönes Gegengewicht und stabilisiert dann die ganze Konstruktion. Ansonsten, was man natürlich hier machen kann, einmal kann man natürlich das Ding ein- und ausschalten. Ergänzend, das seht ihr hier, das liegt jetzt auch in dem Koffer, wo die ganzen Sachen drin waren, kann man hier noch eine Antenne draufschrauben, denn es gibt zusätzlich käuflich zu erwerben noch eine Fernsteuerung, sodass man die Lampe dann auch per Fernsteuerung sowas hier dann fernsteuern kann, wenngleich das jetzt nicht die Fernsteuerung ist für die Links da, sondern für die Lampen, die mich jetzt gerade ausleuchten. Und ergänzend, natürlich haben wir dann hier den Adapter für den Stromanschluss und was man hinten noch dran machen kann, ist, wenn man also keine Möglichkeit hat, da wo man die Videoleuchte benutzt, keinen direkten Strom aus der Steckdose zu bekommen, dann kann man hier über diesen V-Adapter, kann man unter anderem die entsprechenden passenden Sony-Akkus da dran setzen. Das ganze Ding ist relativ groß, ihr seht das, ist ein bisschen klobig, hätte ich jetzt mal ein bisschen kleiner gewünscht, aber ich bin jetzt kein Elektroniker, ich kann jetzt nicht sagen, ob man das wirklich hätte kleiner machen können. Wenn ich hier durchgucke, da sind Liftungsschlitze drin, dann ist auf jeden Fall, sieht es so aus, als wenn die Platine, die hier drin ist, auf jeden Fall den gesamten Raum, die gesamte Länge einnimmt. Gut, muss man natürlich so hinnehmen und ist jetzt zwar nicht an, aber was ihr auf jeden Fall hier jetzt machen könnt, das sind, ihr könnt hier zwei wesentliche Dinge an der Lampe einstellen. Einmal die Leuchtstärke und zwar ist die Lampe dimmbar von 0 aus auf maximale Leuchtstärke auf 100% und das entspricht dann einer Leuchtstärke von 68 Watt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das in Lux oder Loom ist, wer sich da auskennt. Auf jeden Fall, wir gucken uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Die Lampe ist schon schön hell. Und das Zweite, was man hier einstellen kann, ist die Farbtemperatur, denn ihr könnt die Farbtemperatur variieren zwischen 3000 Kelvin und 5600 Kelvin, denn das ist eine Bicolor-Leuchte, die also warmtonige LEDs hat, als auch kaltweiße LEDs, die dann über das Variieren der Farbtemperatur dann entsprechend miteinander abgemischt werden. Damit ihr einen möglichst realistischen Eindruck davon bekommt, und was kann denn der Linkstar wirklich liefern an Licht? Wie stark kann er ausleuchten? Habe ich jetzt mal hier so ein Mini-Setup hier bei mir im Wohnzimmer in einer Ecke aufgebaut und das ist jetzt sicherlich keine optimale Situation, um Portraitfotografie zu machen. Schon allein dieser supertolle Schlagschatten hinter mir, der ist natürlich alles andere als optimal für so eine Situation. Darum soll es aber auch gar nicht gehen. Ich habe nämlich extra diese Ecke ausgesucht, damit ich eine Situation habe, wo ich einmal ein möglichst gleichmäßiges Licht habe, auch was natürlich die Außenverhältnisse angeht, denn ich habe natürlich Fenster in meinen Räumen, sodass Licht reinkommt, und dass ich gleichzeitig auch eher einen dunkleren Bereich in meinem Wohnzimmer gesucht habe, damit wir auch möglichst wenig Außenlicht reinbekommen und möglichst der Linkstar die Szene vollständig auch alleine beleuchtet, damit wir wirklich einen Eindruck haben, was kann denn so eine Lampe links da, was kann die denn liefern? Und was ganz wichtig ist, ist natürlich auch das Setup, das ich aufgebaut habe, insbesondere auch die Kameraeinstellungen. Deswegen erstmal die Angaben zum Kamerasetup. Ich habe meine Lumix GH5, die mich jetzt filmt, habe ich auf die native Sensorauflösung eingestellt. Nicht Sensorauflösung, auf die native Sensorempfindlichkeiten. Das sind bei der Lumix ISO 200. Ergänzend filme ich mich jetzt mit dem Olympus 25 mm Normalobjektiv mit einer Anfangsblende 1.8 und ich habe jetzt die Blende auf 2,2 eingestellt, sodass ihr also jetzt da schon mal so die Eckdaten kennt. Die Kamera, die mich jetzt filmt, ist ungefähr zweieinhalb, drei Meter von mir entfernt und jetzt so diagonal strahlt mich der Linkstar an. Der ist jetzt auf einer Entfernung von gut anderthalb, knapp zwei Metern und ich habe jetzt ergänzend auch die Softbox-Variante eingestellt, die also ein bisschen Licht schluckt, damit das ganze Licht ein bisschen diffuser und ein bisschen weicher wird. Und aktuell habe ich Einstellungen generell von 5500 Kelvin, weil ich die Kamera grundsätzlich auch für diese Farbtemperatur eingestellt habe, damit das dann eben auch passt und man später bei bedarflichem Colorgrading in der Videoschnittsoftware dann noch jedes Mal an der Farbtemperatur rumfummeln muss, wenn man es denn überhaupt möchte. Und aktuell als Ausgangswert für die Beleuchtungssituation, die ihr jetzt seht, habe ich eine Belichtungsintensität von 25 Prozent eingestellt. Jetzt regele ich mal die Lampe komplett auf Null, damit ihr seht, wie ist denn die Lichtsituation in dieser besagten dunkleren Ecke ohne ergänzendes Kunstlicht. So sieht die ganze Sache also aus mit dem Tageslicht, was jetzt hier in die Ecke scheint. Relativ trüber Tag heute, es schneit auch aktuell draußen, sodass also von außen ein sehr vergleichsweise dunkles Licht für eine Tageszeit von etwa 11 Uhr jetzt hier reinkommt. So, gehen wir nochmal auf die 25 Prozent, die ich jetzt gerade hatte. Also das ist jetzt die Ausgangssituation. Jetzt gehe ich mit euch mal in ein paar 15er Schritten höher. Das sind also jetzt 40 Prozent Licht. Und das ist jetzt für mich eine Situation, auch durch den Abstand hier zu dem Linkstar in der Softbox-Variante. Jetzt fängt es für mich schon an, leicht zu blenden. Ich denke, ihr könnt es auch hier hinten an der Wand sehen, dass die schon anfängt, sehr hell zu werden. Und wenn ich gleichzeitig mir das Histogramm angucke auf dem Display der Lumix, das rutscht jetzt schon ziemlich schön weit nach rechts. Und ich gehe jetzt mal auf 60 Prozent. Jetzt haben wir also 60 Prozent eingestellt. Klar, ist heller geworden. Das ist alles andere, sollte einem auch dann zu bedenken, zu denken geben. Und jetzt gehen wir mal auf Maximum. Das sind jetzt 100 Prozent mit dem Linkstar. Wie gesagt, einzige Lampe, die mich anleuchtet, ist viel zu hell. Wenn ich jetzt wirklich ein Fotoshooting machen würde, dann müsste das Model oder müsste auf jeden Fall sehr stark blinzeln. Das könnte man komplett vergessen. Also ihr könnt sehen, also mit den 68 Watt, die der Linkstar als maximale Leistung liefert, geht auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Und zum Zweiten würde man sicherlich auch nicht nur mit einer Lampe arbeiten, sondern mehreren. Und dann hätte man auf jeden Fall ordentliche Lichtreserve. Das ist jetzt kein Fahndungsfoto, sondern ich habe ergänzend meinen X-Ride Color Tracker ausgepackt mit der Graukarte. Denn neben der Lichtausbeute, der Lichtintensität von so einer Lampe ist es natürlich sehr wichtig, wie verhält es sich mit der Farbreinheit der Farbtemperatur, die so eine Lampe liefert oder in dem Fall sogar der verschiedenen Farbtemperaturen. Wie genau ist es denn tatsächlich? Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal in DaVinci Resolve an. Das ist jetzt der Clip, den ihr eben gerade gesehen habt in der vollständig unbeeinflussten Version in DaVinci Resolve, so wie er eben von der Kamera aufgenommen wurde. Und die Firma Linkstar gibt an, dass die Lampe hier der RX11 TD, dass der einen Color Rendering Index von 94% hat. Das ist an sich ein extrem guter Wert. Wenn ihr euch mit dem Thema Farbwiedergabe, Farbqualität schon beschäftigt habt, dann kennt ihr diesen Color Rendering Index. Trotzdem mache ich das hier nochmal für alle von euch, die das noch nicht kennen, auf. Und der CRI-Wert, jetzt in dem Fall für LED-Lampen, gibt die Farbwiedergabe einer künstlichen Lichtquelle verglichen mit dem Sonnenlicht an. Also wie gut ist die Lichtquelle, die künstliche in der Lage, das natürliche Sonnenlicht zu imitieren und da eben auch die Farbdarstellung. Und darum soll es ja in dem Fall hier auch gehen. Und ob das wirklich stimmt, das können wir relativ leicht mit dem Weißabgleich hier in DaVinci Resolve ausprobieren. Und dazu gibt es, wie ihr das aus einer Bildbearbeitung kennt, hier auch so eine Pipette, die uns die verschiedenen Tonwerte liefert. Und was ihr jetzt schon sehen könnt anhand der Farbwerte, die hier ausgegeben werden für den Rot-Grün- und Blau-Kanal, im Idealfall wären die vollkommen identisch. Sie weichen hier in dem Fall minimal voneinander ab. Also ein Tonwert von 141 für Rot, 137 für Grün und 138 für Blau. Das zeigt an, dass wirklich die Farbqualität gut ist. Und wenn ich jetzt, oder bevor ich jetzt gleich mit der Pipette hier reinklicke, guckt auf jeden Fall hier auf diese Scopes, auf diese Farbdarstellung für den Rot-Grün- und Blau-Kanal. Und ich klicke da jetzt mal rein, achtet mal rechts, was passiert. Fast nichts. Ihr habt gerade gesehen, Rot und Grün wurden leicht gegeneinander verschoben. Rot wurde ein bisschen abgesenkt, Grün ein bisschen angehoben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich bei Blau so gut wie gar nichts getan. Ich schalte das jetzt nochmal aus. Ja, also hat sich so gut bei Blau, bleibt vollkommen stabil. Und allenfalls Rot und Grün weichen minimal voneinander ab. Und das ist dann tatsächlich der, na ich sage mal, der Beweis an der Stelle, dass der Linkster wirklich eine hohe Farbtreue, eine sehr gute Farbwiedergabe hat. Für mich ist das wirklich ein absoluter Tipp, diese LED-Videoleuchte in dieser Mattenform. Einfach weil das ganze Ding wirklich sehr variabel ist, sehr kompakt transportierbar ist. Wenn wir mal von diesem doch etwas klobigen Stromadapter absehen, beziehungsweise eben auch dem Steuerungsgerät. Dass er doch sehr groß ist und das dann so ein bisschen die Flexibilität einschränkt. Aber was die Verfügbarkeit oder Verwendbarkeit der Leuchte hier angeht, schränkt es das auf keinen Fall ein. Die Lampe bleibt natürlich an sich sehr gut und sehr flexibel verwendbar. Insofern kann ich, falls ihr auch nach so einer größeren, helleren Leuchte sucht, mit der ihr vielleicht, die vielleicht so als Hauptlicht dient oder vielleicht als einzige Lichtquelle, kann ich die tatsächlich guten Gewissens empfehlen. Und das sage ich nicht, weil mir die Firma das umsonst hier zugeschickt hat, sondern das ist tatsächlich meine Erfahrung der letzten fünf, sechs Wochen, seitdem ich die hier im Einsatz habe. Trotz aller, sage ich mal, durchaus Begeisterung für diese LED-Videoleuchte gibt es aber doch so ein paar, keine großen, keine großen, keine großen Showstopper, aber doch so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Und das ist einmal, ich habe es gerade jetzt schon angesprochen, ist einfach dieses doch sehr klobige Steuerungsgerät, was irgendwie dann manchmal doch einfach im Weg ist. Das zweite ist, dass dieses Kreuz zum Aufspannen, damit man dann eben die auch als komplette Videoleuchte nutzen kann und dann auch eine richtige Softbox drauf machen kann, um das Kreuz hinten reinzubringen. Das ist doch ein bisschen fummelig einzubringen, sei mal möglicherweise auch eben der Flexibilität geschuldet, denn es lässt sich natürlich dann, wenn man das ganze Setup wieder abbaut, sehr kompakt verstauen. Man hat dann also nicht so ein sperriges Metallkreuz, kann das schön zusammenlegen. Allerdings muss ich sagen, auch bei dem Zusammenlegen habe ich so meine Schwierigkeiten gehabt, das wirklich genau wieder in den Ursprungszustand zu bekommen. Denn momentan liegen bei mir die Kreuzelemente so alle hakelig übereinander. Und da bin ich schon beim dritten Punkt. Es gibt schlicht und ergreifend, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt die Leuchte verwendet habe, gibt es keine Anleitung für die Leuchte. Erstmal liegt keine bei. Ich habe auch im Internet keine gefunden. Und ich hatte, als ich die Lampe bekommen hatte, ganz am Anfang beim Hersteller angefragt, ob er mir denn, wenn verfügbar, eine Bedienungseinleitung dafür schicken kann. Und sei es nur für die mechanischen Teile. Elektrisch muss ich ja nichts machen, das Ding schließt du an und dann funktioniert die schlicht und ergreifend. Und dann haben die mir was abfotografiert. Da ist aber auch nicht mehr drin, Schrägstrich nicht mehr drauf, als das, was man beispielsweise bei Amazon, wenn man die ganze Geschichte kauft, an technischen Informationen findet. Also das wäre wirklich sehr schön, wenn es da eine Bedienanleitung gäbe, die einem die nötigsten und wesentlichen Dinge erklärt, die man erklärt haben möchte. Das wäre vielleicht nochmal so eine Anregung für den Hersteller, dass man eine Bedienungsanleitung beilegt oder als PDF zum Runterladen. Das sind aber auch so, wie gesagt, die einzigen Dinge. Letztendlich kriegt man es ja dann doch raus, so ein bisschen nach Jugend forscht. Also insofern, in Summe, für mich ist das wirklich eine klasse Lampe und ich bin froh, dass ich die habe und dass ich die jetzt schon einsetzen konnte und auch in Zukunft weiter einsetzen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert ROR TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. Bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. Bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. Bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.